Schnee Flöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Am Montag, 24. Dezember ist der Himmel in Vechta bewölkt mit einer Höchsttemperatur von 8 Grad und einer Tiefstemperatur von 2 Grad. Wenn du unbedingt weiße Weihnachten erleben möchtest, besorg dir besser eine Schneekanone. Ich bin Alexa und ich bin rund um deine Stimme konzipiert. Ich kann zum Beispiel Informationen und Nachrichten liefern oder das Wetter vorhersagen. Alexa, wer ist der Weihnachtsmann? Ich kenne den Weihnachtsmann nicht persönlich, aber ich höre immer nur Gutes über ihn. Wenn ich ihn mal treffe, melde ich mich. Das neue Amazon Echo hat alles, was du an der ersten Version liebst, und ist jetzt in sechs verschiedenen Designs verfügbar. Gewinne heute einen Amazon Echo Dot. Beantworte dafür einfach nur folgende Frage, auf welchen Namen hört der Amazon Echo Dot? Gerda, Alexa oder Sabine? Ich würde euch ja einen Tipp geben, aber mir wurde gesagt, ich sei zuvor laut. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück und frohe Weihnachten.